Ich werde erinnern, der Neopah 2 mit CS-Ticket 16 Ziegeln. Sie können hören, dass der Klan der Printrückend ist. WDR 2018 Wann ich zu diesem Zeitpunkt den Gasheber drücke, schlägt der Panzer hier aus. Aber da dieser Panzer so groß ist, kann ich ihn nicht auf dem Desktop ziehen. Wann sie interessant sind, können Sie unsere Tank-Outdoor-Lauf-Videos auf dem YouTube-Kanal ansehen. Dies ist die Tarm-Truhe und wir verwenden einen Hochgeschwindigkeitsmotor, um den Herbauer anzutreiben, damit es mit dem zweiten Stabilitator abgeglichen werden kann. In der Standard-Vision gibt es eine Anschrankung für die Herbauer-Truhe, wenn der Herbauer auf 6 Uhr zackt. Aber wann sie jedoch den elektorischen Schläufling des Abbrödes bewandern, kann ich den Turm auf dem Herzen drehen. Dies ist die Laufhöhe und sie hat eine Warenbreche von hohen 20 Grad, unteren 10 Grad. Und wir verwenden auch einen Hochgeschwindigkeitsmotor, um sie anzutreiben, damit sie den zweiten Stabilitator aufnehmen kann. Alle hohen Panzer sind mit einem Rückstoß ausgestattet. Wir verwenden ein lineares Axiallager, um den Rückstoß des Laufs gerade zu halten. Also, Lauf in eine Highlight, wenn wir in der Agenten beentwickeln auch die Mündungsflämme und die Mündungsflämme. Also, wie erreicht welche, nehmen wir in der Top-Truhe, und verwenden sich ein Pachaus-Maschinen-Truhe mit Lach-Obson-Effekt. Und das ist eine kleine Größe, die Mündungsflämme und die Mündungsflämme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017